So, alles Strandgrut auf Borkum. Wie lange habt ihr den Gebrauch bis hierhin? Drei Stunden? Von da vorne. Von ganz vorne an? Ja, von Nordstrand. Das war ein weiter Weg vom Nordstrand. Sehr gut. Auch noch? Gibt es da jetzt noch einen Schatz oder so? Nein. Warte mal, ich nehme sie gleich auf meinen Windvogel mit. Okay, danke schön.